Was willst? Hey Gif Okay, warte Alles klar Paul war da Ja, call und wieder gedroppt, ne? Ja, Ruhermeld Erziehungsmuster Aiaiaiaiaiaia Mitte 2 Plus B lagen wieder nix Ich kenne grad schon Jack9 ist so überpowered Ja, guck mal mich an Wir, guck mal mich an Klaaatz Oh, drei Leute Jungs, drei Leute short Na, er rennt einfach nur mit Jack9 Ok, Tobi hat es, ich hab so'n Gefühl Tobi hat es Rechts, rechts, rechts irgendwo, rechts irgendwo Oh Ok, noch falsche Gefühle hab Hallo Horto Native macht man nicht Jetzt hier wieder das Gepöbel los, gell? Letztes Mal auch Da hatte einer, ich glaub 0,9 Und ich hab halt Bei seinen ersten SS Ich weiß nicht was du meinst, ja Der hat Codez immer kassiert Und Faxtor schreibt dann nur so Jan, das macht man das Klick Alter, ich hab Gegner, der da vorne kommt Der ist disconnected Ich hab ihm durch die Was? Vielleicht kommt er wieder Vielleicht klappt er, vielleicht klappt er wieder Vielleicht hat er nur Gangtrasher oder so Einer fährt von Toilets, Connector hoch, Toilets What the fuck, Alter Der schießt vom Weg rum durchsene Boah, war das krass, Alter Mitte down Oh fuck, Achtung Ähm, Autosmapper ist meine Ja Ich spiel ja für zwei immer B, AWP, chill drum Da kommt er Was ist mit dem Jungen, Alter? Wie mad ist der? Krieger smashed Warte man Welche waren das nochmal? Gabriel Gabriel Glal Glal Monge, junge, junge Knäge von Outfit Der hat sich da schon Der soll sich mal unsere Matches anschauen Wir haben nen Main Autosniper im Team Eh äh Alles klar? Macht man nicht mit den Waffen, ALLES klar Er soll Gaben schreiben, er soll es aus dem Spiel nehmen. Warte mal, bis die Community, ihr Team aufgemacht hat, das geht richtig steil. Ja. Ja, ich bin nicht, wenn ihr mit No Dispatch sagt. Also ich bin kein Respekt, gell? Warte, ihr spielt gut. Ich hab's dir schon mal gesagt, dann aim irgendwo ab und dann töte uns, ganz einfach. Ja, aber der Viper, der kommt nicht dazu und der Teen Witch, der kommt auch nicht dazu. Ja, du kommst auch nicht dazu. Ja, weil du unten gut spielst und auf A kommen wir nicht durch. Dann sag nicht, dass die anderen nicht dazukommen, dann guck, dass du besser spielst und dann kannst du über andere erstmal rumflamen. Was ist denn jetzt dein Problem? Mein Problem ist, dass du einfach leaves und einfach abhauen tust und über dich anderen beschwerst, damit, dass die nichts drücken. Ich hab dich niemals beschwert, ich hab nur gesagt, was Tata ist. Du hast gerade gesagt, die kommen nicht dazu, aber du mit deinem 410 kommst auch nicht dazu. Und was geht's denn jetzt? Hä, was hast du denn, was ist denn dein Problem? Tama, 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 so ganz ruhig. Tama, beruhig dich. Ich bin der Cousin, der dich zurückhält, ja? Was ist denn dann? Ich glaub, der hat da nur was falsch verstanden. Ich glaub, du hast echt ein Hänger, gell? Hey. Du bist jetzt mit mir? Ne, 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 halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Ich mag das garnicht, wenn man mich jetzt auf einmal irgendwie dumm rum machen muss. Ich hab nicht irgendwas gesagt, ich hab gesagt gehabt. Sö, hör mir genau zu, hör mir... Sag mal leise, hör mir, hör mir genau zu. Ich bin nicht leise. Doch, du bist leise. Nein, mach doch mal deine Fresse jetzt einfach, Alter. Lasst mich jetzt einfach mal erklären. So, du wolltest, du wolltest meins hören, also lass mich erklären. Du bist nicht ich, also. So, ich habe gesagt, du spielst mich nicht. unten auf b gut ich habe niemanden gesagt gehabt er soll was ist ich habe gesagt habt wenn er spielt mein respekt die negev habe ich schon genervt gehabt von jan ich habe schon im chat geschrieben hat man spielt mit dem beispiel keine negev warum ist eine normale waffe kann man kaufen knapp die letzten demos in unseren matches anders dass wir haben eine autosniper main im team da holt man sich ja mal eine negev das ist aber da du meintest doch die kommen nicht in die gange was meinst damit was habe ich gesagt ich habe nur gesagt gehabt ich habe aber kein bock ich bin mir ohne respekt das ist kein respekt für mich man spielt für mich spielt man in einem intern ohne ohne auto auto sniper und weg ist es halt so ist eine normale waffe er kann so rumcampen kann es abwarten ganze zeit macht ihr doch schon die ganze zeit du ja die kitzel flammt auch wieder runde wegen der das ist ein kappel ich habe mich abgewartet guckte die demo an ich habe nicht abgewartet ich habe ich kann die ganze zeit lang alter aber ich finde ich finde es aber richtig toll dass beleidigt werde ich gibt es weiter ich finde es echt toll gerade was zu machen ich glaube du hast dir nichts zu melden ach so ich habe ich habe hier keine recht oder was jungs seid doch mal ganz ruhig wir wissen dass tobi wie alt seid ihr alle wie alt sechsundzwanzig und ich versuche ich bin die spieler